noch mein lieben und herzlich willkommen hier ist euer Heinz mit einem neuen projekt born finders ja ich hatte glaube ich mal gestreamt weil ich habe mir das bei steam geholt aber unter linux lief es mal und lief es mal nie und dann doch und dann habe ich gesehen jetzt gibt es das auf der konsole schon lange ich muss also zukünftig worten habe ich mir jetzt noch mal gekauft für die konsole auf der ps5 mal sehen wie es da ist weil ich spiele doch lieber mit dem controller die tastatur und das muss man bei manchen simulatoren erst mal ein halbes jahr schon morgen und gucken ob sie dann nicht doch hier geht es darum wir gehen in scheuen und suchen nach gegenständen immer wieder verwerten und verkaufen können so hier können wir ein paar profile hinzufügen das ist ganz gut so wir machen mal die optionen so und zwar aber im video kann man ja sowieso nicht tun den lautstärke jetzt haben wir zweimal lautstärke hier muss ich nicht wissen weil ich das noch nicht die musik auch bei dem ding muss ich ja weil die musik will ich wieder dachten geht ja nicht alles mal gucken mal was das für eine leitstärke ist das ist noch nicht groß jetzt geht das hier los so zurück so wir machen mal ein neues spiel wir gucken mal bist du sicher ja bin mir sicher ob wir jetzt die musik aus hatten oder nicht da müssen wir dann noch mal die option weil die ganze zeit musik ist für mich nervig tut mir leid dann weißt du ja immer nie ob oder ob nie so gut das soll mir sein ach jetzt haben wir bestimmt das falsche ausgemacht du ahnst das nicht oder guck mal das in mir leute oder unser onkel oder ich weiß gar nicht wir haben bestimmt wie das falsche ausgemacht naja passiert im jahre ongel billy du tagger nehmen haben die musik ausgemacht seht du nun müssen wir hier du der sebastian du die dork sammeln da der außerirdische du guck bobby gray in agent agent du der agent agent dies du du bist ja lizenz und die lizenz und acht und streik und man muss gucken ob man eben mit denen haben wir allen zu tun die irgendwo in amerika 1990 ein land das große ähnlich kann man echt in amerika hat so eine guck an und die billy wach auf jungspund so aber wir haben bestimmt wo eine batterie also muss man nirgen und die billy lassen uns ranklotzen so wartet mal jetzt muss man doch noch mal gucken wir haben bestimmt ach ne blüb blüb haben wir vielleicht machen wir doch mal ein bisschen akzeptieren müssen wir noch ein bisschen ausprobieren so wir sollen fortsetzen eine batterie als haben wir die hühner kreischen zur interaktion r2 so jetzt haben wir ein lernprogramm willkommen bei born finders limited hol die batterie von der laute frechstein der vorzeuge lege sie in den generator einsuchen mit hilfe des computers nach aufträgen und reise durch amerika bestimmt schwer zu finden und so was kann man hier machen zum der südchen die kammer aus südchen das können wir wieder auf den 5 meter fallen lassen aha na gut wie gesagt schätze schon mal als team jetzt kommt der untersteiger moment die seh weiter geht's anruf beendet wir sollten wir haben hier die batterie sollten wir holen hier haben wir gar keine tabs gerüche geht das dann wahrscheinlich hier ist ja gar keine batterie nimm die batterie aus dem lkw hinaus welche batterie zum öffnen der ladefläche ach so so nächste seite zum herausnehmen des gegenstandes wird jetzt zum nordern des gegenstandes ach ich habe sie schon in der hand ach so na das ist ein ding du jetzt muss ich hab sie schon in der hand neue nachricht du hast jetzt gar nichts mehr weil ich kenne weiter allerdings funktion wir lassen dass man mir gucken mal wenn die musik zu leid das kann man ja was anders machen ach hier haben wir das rote so rote ausschalten so hier gehen wir mal einen computer da gehen wir mal gucken e-mail ungelesen ein frecher hirsch für einen freund hallo bornfighters könnte einem alten freund helfen in einer in der alten roten scheune soll noch ein frecher hirsch sein weil ich kenne und suchen eine kohle springen danke mit wir machen wir mal wenn immer den öfter an so bornhub dieser laden angebilligiert verwendet repariert gereinigt und verkauft verschiedene anderen gegenstande so wie können wir jetzt ach so können wir wechseln für die amerikaner der ins rote scheune ein legendärer ort voller spaß und spannung jetzt ist sie noch voll als anmieten eines staates nun wir gehen mal hin wir machen heute erste schließen jobs job gestartet wir müssen aber hinreisen ach der reise dort steht ja mit kreuz und wir brauchen jetzt mal benzin so reise neun dollar benzin kostet 50 dollar wir haben keinen benzin ach so was müssen wir denn da machen wir keinen benzin haben ja das ist ein ding wir haben 9 dollar müssen wir machen hier was sammeln was kann man hier machen upgrade tool kaufen ach wenn wir recyceln kriegt man geld das müssen wir mal 50 dollar hier recyceln damit man kann man jetzt müssen wir uns erst mal geld verdienen bevor man zerschönen wir können jetzt haben wir hier noch was das ist das ding alter schaufel zum graben momenten graben im boden schaffeln haben wir bestimmt keine also das radio kann man ja wie gesagt ich weiß dann immer nicht mit der musik dann irgendwas trocken trocken wir müssen sammeln doch doch kann man hier machen quatsch wenn das hier zu drücken halten einzeln teil werfen ja also kitsch ist das sozusagen kitsch drüber geschmissen gut so drüber geschmissen das muss man da alles kaufen oder kriegt man das irgendwo kostenlos und die billigen wir haben hier noch nichts mit den ein auftragsgegenstand per e mail an diese computer ja irgendwie billig wir haben aber hier was haben wir jetzt noch hier mal was zum recyceln glück an müssen wir den bild tragen wollen wir nicht so der koffer kann man den öffnen trocken kippen können wir das sagen kann man das sagen oh man erst mal geld verdienen die das gibt es ja gar nicht wie wir haben wir 27 dollar können wir uns überbücken R3 Wie kann man denn es bücken? Kann man so bücken, sonst müssen wir hier weit weg gehen Ah hier können wir springen In der Aktion haben wir ein Objekt Aber bücken, bücken geht nicht Hüpfen können wir, aber uns hinknien können wir nicht Das ist ein Ding So Ich glaube wir ins Bett gehen können wir schlafen Dann speichern das glaube ich So Ah guck mal hier haben wir noch was rumstehen Was haben wir jetzt? 51 Ich nehme jetzt, guck mal erstmal Wenn wir immer hier an Wien sind Erst noch an Wien einmal Was ist mit dem D-Kessel? Traum Ich dachte dann kann man resignieren Hier ist nichts Ja uh hier haben wir noch Gucke hier haben wir noch Hey So jetzt haben wir 9,6 Dollar Dann gucken wir mal ob wir jetzt zur ersten Scheune können Ach ne mit R2 Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen Sonst ist ja mal die Kreuz-Taste Ach wie gut dass ihr das Spiel Hat die Konzule gemacht habt Hat man das nicht ausgemacht das Ding? Doodle das wieder rum Ja Mensch Hier noch was zum Recycling Mal gucken ob hier im Laden noch was rumliegt Was denn das eigentlich? Zum öffnen des Video-Shops Ach hier können wir uns Eine Aufwärmungspistole Eine Lampe Eine Axt Eine Schaufel Oh Können wir uns alles kaufen? So wir gucken noch mal ob wir hier noch was zum Öffräumen haben hier Zum Recycling Das sind glaube ich Verkaufsplätze Die kann man dann aufwerten So viel wie ich weiß Aber hier steht jetzt nichts mehr Ne mehr gucken wir Wie die Zeit am Ach hier Ne mehr gucken wir hier Wir brauchen Benzin Ach ne R2 Oh aufschmisch Jetzt können wir die Kreuztaste Jetzt die Jobs Job Lesen Bornhub So jetzt können wir Benzin Und nun können wir reisen Jetzt geht es Mensch du Hier vorne schälen durch die Region Mensch Alter falsch Ja Hm Sieht der Heinz nie gut aus Onkel Billy ist dein ältester Onkel Aha Du kannst eine Gegenstand unter Verwendung anderer Gegenstande montieren Ja Hier gibt es goldene Klorollen Das kann ich schon mal verraten Und da bin ich nie hochgekommen Das versuchen wir jetzt mal zuerst Twains Liebesnest So So Lernprogramm Verlassene Scheune erkunden Als Bornfinder suchst du nach angefragten Gegenständen Halte Ausschau nach wertvollen Gegenständen Du kannst in deinem Laden verkaufen Suche nach meiner Gegenständen Geheimnisse So Da oben geht das hier um Onkel Billy Dann sehen wir uns mal um Machen wir mal Onkel Billy Wir stapeln erst einmal Ich muss mal gucken Gucken mal Sitz da oben Seht ihr das? Das ist die Klorollen So Guck mal Wir können das nämlich nehmen Wir können das dann auch recyceln Das zeigen wir Seht ob das hier besser geht Jetzt So Weil da bin ich nämlich nie hochgekommen Aber wir hätten es vielleicht anders machen Ich weiß gar nicht Kann man die Gegenstände auch drehen Haltend einzeln Gegen acht Ah ja Gucke Aha So Jetzt müssen wir irgendwie eine Treppe bauen Das ging nämlich irgendwie ging das nämlich mit dem Computer Also ein bisschen Gut ich habe es unter Linux Wie es unter Windows läuft Weiß ich jetzt nicht Aber die Klorolle habe ich einfach nicht gekriegt So Natürlich hüpfen wir erst mal daneben Gehen wir mal hoch So Reicht das schon Dann brauchen wir da tatsächlich noch eine Kiste Oder Wir können hier nämlich goldene Klorollen sammeln Das sind Sammlerobjekt Spürbar erleichterung Trophäe erhalten goldenes Klobpapier Das ist ein Ding So Die können wir dann Wenn wir eine Axt haben So können wir das nämlich alles Verklopfen noch Da können wir dann nämlich noch mal herkommen Und können den Rest dann eigentlich einsammeln Den Trogen brauchen wir So Hier hinten oder auch noch Hier kann man Zur Markierung von dem Transport Schubkarre Joe Lässt sich aufsammeln Einsammeln Ja Hier sieht man ihn Bei der PC-Version Was Das man klein Erzieht So Hier ist Irgendwo ist noch was Gucken wir Zum Sammeln Aufwertung der Mann Zum Sammeln Ja Das können wir jetzt alles noch nie Macht noch was Bling Bling Noch nie so richtig Aber wir können ja erst einmal hier So was Gucken mal Das bringt ja auch Geld Ne R2 Mensch Aber wie gesagt Mit dem Bücken Ich habe schon Nicht so richtig Muss das da Irgendwo Muss das da Angehen Weil springen können wir Da muss das Ah Mit der Kreistaste Mit der Bubsen wir dabei Wenn wir uns bücken Habt ihr das gehört Mit der Kreistaste Können wir uns bücken Tragen Das können wir dann alles Bim Bim Ja da müssen wir also suchen Was wir so schönes finden Verwerben können Das können wir Offarbeiten Wenn wir so eine Station haben Und 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 Ich fand das Spiel Finde ich nicht schlecht Was ihr dann natürlich Wieder haltet Davon Keine Ahnung Ob es euch gefällt Ob es jemals guckt Ich mach es einfach Weil ich interessiert Das sowieso Ich habe eine Umfrage gestartet Na gut Wenn das Video rauskommt Ist es vielleicht schon Nie mehr aktuell Bestimmt Wir streamen Was ist denn jetzt Was denn jetzt Und wie Billy Was machst du Machst du Mr. Tinten Tragen 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 Wollen wir das jetzt nie Gibt es nie noch was zum Verkaufen Was ist denn dort noch Was ist das hier Tragen Eine Taschenlampe Wollen wir auch mal dringend Hier haben wir erstmal noch wieder was zum Einsammeln Hier auch Das bringt auch Kleinvieh macht auch nichts So hier haben wir Zum Sammeln Wand Bodenaufwertung Achso Wir können dann nämlich auch in unserem Häusl Einen besseren Boden Oh Hier hinten haben wir wieder was Ach Wenn wir Tragen drücken Sehen wir was es ist Jetzt haben wir es Kollen Aha Ne Da müssen wir ein bisschen reinkommen Aber wie gesagt Ich bin lieber mit Kontrollern Das ist mir So Tragen So Das sehen wir Gegenstand Drehen Da kann man uns so angucken Sehr schön Und hier bringt 75 Dollar Für den Verkauf Ah Sehr Also was finden wir auch So Da kann man den L1 Einsammeln Dann sammelt das automatisch ein Und jetzt Wie praktisch Nicht So Ist zu Ist zu Ist zu Tja aber so ohne Laschenkampel Wird das hier alles Laschenkampel Und Gewehr Äh Gewehrsorgung So So Seht ihr Nun können wir hier Ist das alles Ein bisschen finster Das ist bestimmt der Geist So was haben wir da Zum Verzeichnen So was ist das Öl zum Verzeichnen Tragen Oh was denn hier unten Steht auch noch was Zum Verzeichnen Ja No Wir müssen ja nicht so viel Oh da hinten ist der Benzin Dann ist der Oh stimmt Sprich Aber wir gucken erst mal hier noch Rezeichnen Gucken wir mal was wir schon für Geld haben Die 88 Dollar 88 mal wieder Die 88 Hier haben wir noch den Schrank Achten Ne Jetzt müssen wir Wir haben schon gepupst Ist das ehrlich Wir gucken mal ob hier dahinter noch was steht Das manchmal auch Müssen wir also gründlich gucken In den Scheun immer So Gucken wir mal weiter hier Was haben wir hier Oh Gucken Ein Fernseher Bringt 70 Dollar Markieren für ein Transportbudget Und wir können auch mal hier hochhüpfen Hier oben mal sehen Bild Gut Wix brauchen wir hier Oh 30 Dollar Sieht man ganz gut aus Machen wir natürlich nicht mehr mit Einsammeln Hier gibt es Was gibt es denn hier Vercycling 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 Man muss ihm aufpassen Dann wenn man bei hat Dass man die erste Alister klopft Wo man manchmal Braum und Kiste Wo wieder hochklettern muss Ach ich bin schon ganz aufgeregt Ein Kanister hinzugefügt Da müssen wir nicht teuer Benzin kaufen Immer für die Reisen Brauchen wir natürlich immer Sprit Der muss natürlich wieder rauskommen Haben wir ja nun schon Die 50 Dollar Haben wir ja nun schon wieder So Du hast keinen Schlüssel Na hier müssen wir auf jeden Fall Wiederkommen Wenn wir Ein Beil haben Und vor allem eine Taschenlampe Das ist das nächste Was wir kaufen müssen Eine Taschenlampe Gucken wir Haben wir hier oben noch was Das steht ein bisschen Im Wege haben Oh was ist denn das hin Gucken wir mal Hier könnte man nämlich Erzeichnet haben wir das Weil manchmal ist Hinter den Vorhängen noch was Oh Der Gustav Das gehört glaube ich Zu Sammlungen Kann man auch Da wird dann noch was Voll sammeln Ich finde es schon zu viel Wir nehmen den Gustav mal mit Ah hier haben wir einen Schlüssel So hier haben wir einen Schlüssel Ohne Taschenlampe Sieht man manchmal eben die Dinge Was ist das Das können wir zeigen Oh gucke hier haben wir was zum sammeln Poster Poster gefunden haben Zum sammeln So wie Na ja Wir gucken jetzt noch mal in den Raum Oder Nein Das machen wir in den nächsten Folge Wir haben jetzt den Schlüssel Und den Schlüssel Ja Und das machen wir dann das nächste Mal Ein bisschen spannend Meine Lieben Haha Ich hoffe es hat euch gefallen Freue mich wie immer Nette konstruktive Kommentaren Däumchen nach oben Den ein oder anderen Abonnenten Und wenn ihr nichts verpassen wollt Dann macht die Glocke an Dann danke ich euch fürs Zuschauen Und sage bis zum nächsten Mal Tschüss Euer Heinz